Ja, heute geh ich in den Supermarkt, da kauf ich erst mal nen Quark. Das brauch ich zum Kochen, weil ich's gern mag. Und wenn ich dann den Quark hab, dann frag ich mich, was mach ich mit dem? Da gibt's so'n Gerät, das immer am Eingang vom Laden steht. Es ist aus Gitter, der ist ein Kosfagen. Es ist aus Gitter, der ist ein Kosfagen. Der ist aus Gitter, der ist ein Kosfagen. Der Park ist schon mal drin. Ich geh in den Schwert. Mit meinem Wagen fahr ich hin und her. Einkaufen ist gar nicht schwer. Und wenn ich dann an der Kasse steh und die Fäsche vor Kolfrin seh, Ich denke mir, wie schon wär mit dir? Beide heute in dem Einkaufswagen. Der Einkaufswagen. Der Einkaufswagen. Der ist aus Gitter, der Eingang vom Australien. Und wenn ihr in den Supermarkt geht? Wenn ihr euch ein Einkaufswagen aus Gittert. Wenn ihr den in Land habt, dann geht das Leben erst richtig aus. Oh, ja. Ihr werdet's sehen, alle schönen Menschen der Welt werden euch zu Füßen liegen. Und auch die Hässlichen, aber die könnt ihr gleich auch so ziehen. Und wir brauchen sie nicht mehr, wenn wir ein Land aus Gitter. Der Eingau aus Wagen. Er ist aus Gitter, der Eingau aus Wagen. Der Eingau aus Wagen. Er ist aus Gitter, der Eingau aus Wagen.